Servus Freunde! Willkommen zurück bei der Shisha-Wiggy. Heute haben wir ein Pfeifen-Review für euch und zwar geht es heute um die Stimulation Prime White. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit der Stimulation Prime mit der weißen Bowl. Die Pfeife ist 45 cm hoch und kostet euch im Komplettset, allerdings ohne Kopf, 240 Euro und ist damit definitiv eine der höherpreisigen Pfeifen. Ob die Pfeife das ganze Geld wert ist, wollen wir jetzt mal im Laufe des Reviews herausfinden. Die Pfeife selber besteht aus V2A Edelstahl und das Glas ist Kristallglas. Aber das gucken wir uns genauer zum Aufbau an. So, kommen wir als erstes zum Aufbau von der Stimulation. Ich würde sagen, wir fangen bei der Base an, denn das ist auch eines der besondersten Teile. Wir sehen hier unten ein ganz besonderes System und zwar funktioniert es mit der Kugel hier unten so, dass ihr bei dem Closed Chamber in eine der beiden Kammern hier außen die Kugel reinpackt und das Ganze dann, weil die ja rausfallen würde, wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, eben mit diesem kleinen Plätzchen hier versiegelt wird. Das hält relativ gut, also ich meine, es wackelt leicht, aber es macht eigentlich keinen Unterschied, weil da wackelt ja eh keiner dran. So, ich würde sagen, wo wir schon auf der Unterseite von der Base sind, machen wir auch weiter mit dem Tauchrohr. Das sieht auf der Seite auch wieder sehr, sehr komisch aus. Da könnt ihr euch bestimmt schon denken, was da gleich kommt, aber wir schrauben das als erstes mal hier unten an die Base dran. Da hat das Gewinde ein kleines bisschen gehakt, aber ansonsten laufen die eigentlich alle ziemlich, ziemlich flüssig. Wir können es hier unten drüber stecken und dann habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, entweder ohne Diffusorleistung rauchen oder mit einer Stufe Diffusorleistung rauchen oder mit zwei rauchen. Ich habe festgestellt, dass keine der Stufen wirklich krasse Diffusorleistung bringt, deswegen ist es relativ egal. Wir lassen sie jetzt trotzdem auf zwei, damit die Pfeife hoffentlich ein kleines bisschen leiser ist im Review und wir machen auf der Oberseite weiter. Auf der Oberseite ist eigentlich nicht mehr viel zu tun, außer die Rauchsäule oben dran zu schrauben. Das machen wir jetzt auch mal. Das Gewinde läuft hervorragend und habe ich auch sofort getroffen. Hier oben habt ihr einen 18 8er Schliff. Was bedeutet, es fehlt uns noch das Teil vom Kohleteller. Einmal wieder gegengesteckt der Schliff und dann oben verschraubt mit dem Kopfanschluss, sodass ihr das Ganze oben auf die Pfeife packen könnt. Ich finde, der Kohleteller hört sich relativ billig an. So, wir legen den Kohleteller mal weg. Wir schnappen uns die sehr, sehr schöne und sehr cleane Base, die hier oben das 360 Grad Klick System hat. Finde ich ziemlich geil. Von der Idee her auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ob das Ganze so gut funktioniert, gucken wir uns dann im Review an. Wir setzen die Base einmal hier oben drauf, lassen das Ganze einmal einrasten, einmal wieder loslassen und schon ist die Base auf der Bowl fest und man könnte es theoretisch sogar hier dran heben. Es hält auf jeden Fall, aber Leute, bei der Base würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen, das Ganze so anzuheben. Ja, Kohleteller obendrauf und fertig ist die Pfeife. Bis zum nächsten Mal. 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 Den Aufbau und den Poren habt ihr jetzt gesehen und jetzt reden wir mal wirklich über die Optik. Mir persönlich gefällt die Pfeife ziemlich gut. Also als ich das erste Mal auf der Messe gesehen habe, dachte ich mir so scheiße ist die geil. Hat mich auf jeden Fall gecatcht, gerade auch dieses weiße Glas. Gefällt mir ziemlich gut und auch an sich so wie die Pfeife aussieht. Sie ist eher ein bisschen schlicht gehalten, sie hat nicht irgendwelche Verschnörplung oder sowas. Von daher von der Optik gefällt die mir sehr gut. Ihr wisst das ja Leute, ich stehe sowieso auf schöne und schlichte Pfeifen, die edel wirken und genau da holt mich die Stimulation Prime auch mega ab. Ich finde sie sehr sehr schön mit ihrem ultra schlichten Design. Manche sagen vielleicht, da ist mir zu wenig dran, da könnte noch irgendwas in der Rauchsäule sein oder an den Schlauchanschlüssen bzw. an den Adaptern. Ich finde das gar nicht schlimm, ich mag das genau so und deswegen finde ich die brutal schön und diese weiße Bowl einfach nur mit dem Logo drauf, finde ich einfach unglaublich geil. Am Anfang habt ihr auch auf der Bowl noch so einen kleinen Sticker, der euch den Füllstand anzeigt. Es kommt je nachdem, ob ihr mit oder ohne Diffuser auch 0,8 bzw. 0,9 Liter rein. Geht auf jeden Fall, klar ist nicht zu viel Wasser, aber die Bowl ist ja auch nicht so riesig. Die ganze Pfeife ist auch nicht so riesig, was mir auch gut gefällt. Ich mag das, es ist eigentlich so genau die Größe an Pfeife, die ich sehr sehr gerne habe, was ja auch natürlich mit in die Optik spielt. Wie das Ganze dann beim Rauchverhalten und so weiter ist, da kommen wir als nächstes zu. Vom Rauchverhalten sieht die Pfeife auch ziemlich positiv aus. Ihr habt einen schönen direkten Anzug, der ist auf jeden Fall nicht zu wenig, nicht zu viel. Muss aber trotzdem sagen, dass mir persönlich beim Auspusten der Klang einfach nicht ganz so gut gefällt, weil das halt so ein Klackern ist. Und dieses Klackern würde ich mir ein bisschen wegwünschen. Das halt beim Rauchverhalten, gerade wenn man halt mal auspustet, kommt halt des Öfteren mal vor. Aber da reden wir auf jeden Fall im Fazit mal drüber. Das Rauchverhalten von der Pfeife ist auf jeden Fall durchgehend gut. Wie wir uns schon gesagt haben, habt ihr einen sehr direkten Anzug. Der Durchzug kann sich aussehen lassen. Er ist jetzt nicht ganz auf dem Niveau von der Ocean, aber definitiv noch ein Ticken besser als der von der Shishaya. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, der von der Shishaya ist für mich der optimale Durchzug. Ich muss aber sagen, das gefällt mir so auch schon ziemlich, ziemlich gut. Von daher auf jeden Fall sehr nice. Ja, beim Rauchverhalten habe ich definitiv keinen Punkt, wo ich meckern kann. Das Klackern, was du angesprochen hast durch die Kugel beim Auspusten, finde ich eigentlich irgendwie cool. Es hat irgendwie so was Mechanisches und es ist immer so präzise, dass man einfach merkt, dass die Pfeife gut verarbeitet ist. Auch bei diesen Geräuschen, die da bei dem Ausblasen durch die Kugel entstehen. Ja, gefällt mir also insgesamt vom Rauchverhalten auf jeden Fall ziemlich gut. Ein paar Sachen stören mich doch an der Pfeife, aber da kommen wir jetzt beim Fazit zu. Kommen wir zum Fazit der Pfeife und da gibt es auf jeden Fall positive wie auch negative Punkte. Fangen wir mit den negativen an. Meine subjektive Meinung zu dem 360 Grad System ist sehr negativ. Mir gefällt es gar nicht. Ihr habt irgendwie immer das Gefühl, die Pfeife wäre ein bisschen unstabil, wenn ihr mal aus Versehen am Schlauch zieht. Das gefällt mir gar nicht so sehr. Ich muss auch wirklich sagen, wenn ihr die Pfeife irgendwie jetzt rumtransportiert und ich fasse die natürlich immer am Glas an, habe ich immer so ein Gefühl, die ist nicht so wirklich fest. Also die sitzt nicht so hundertprozentig drauf, dass ich sagen würde, okay, die ist mega gut verarbeitet, sondern ihr habt einfach so einen kleinen Spalt in der Base, der halt einfach wirklich die Pfeife ein bisschen zum Klappern oder auch Klackern bedrängt. Also wirklich, das ist so, es gefällt mir nicht wirklich gut. Mir persönlich würde es einfach besser gefallen, wenn die einfach normal gesteckt wäre oder auch ganz normal einfach verschraubt. Weil dieses Klackern, das ist immer so eine, für mich persönlich, irgendwie so eine minderwertige Qualitätsmerkmalsache. Und das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich muss auch wirklich sagen, vom Rauchgefühl ist die Pfeife sehr gut, allerdings von dem Rauchklang gefällt es mir wieder gar nicht. Das ist so wirklich so, als würdet ihr eine Pfeife aus Plastik haben und an der ziehen und dann habt ihr immer so ein ganz komisches Geräusch. Also mir gefällt es persönlich nicht. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu den positiven Aspekten und da muss ich sagen, die Pfeife ist dennoch sehr gut verarbeitet. Das Glas gefällt mir sehr gut, die Optik gefällt mir sehr gut. Mit halt so ein paar Abstrichen. Aber das ist einfach wirklich so, die Pfeife ist eine wunderbare Pfeife und die gefällt mir auch ziemlich gut. Bis halt auf diese Sachen, dass die einfach nicht so geil klingt und halt einfach, dass die ein bisschen wackelt. Ja, Warren hat schon so einige Punkte angesprochen, wo ich ihm auf jeden Fall zustimmen muss. Der schwierigste Punkt für mich war der letzte, den du genannt hast und zwar der Klang. Ich muss leider sagen, ich finde es gibt keine Pfeife, die unattraktiver klingt. Dieses sehr, sehr helle, wie du gesagt hast, plastikartige Geräusch, das da entsteht, wenn man an der Pfeife zieht, hat für mich einfach nichts von dieser Wertigkeit, die sonst in jedem Aspekt in dieser Pfeife steht, sonst in jedem Aspekt vorhanden ist. Die Verarbeitung ist top, die Materialien sind super, die Verarbeitung ist wirklich hervorragend. Ihr habt keine Klebereste, ihr habt nichts, wo irgendwie was absteht, nichts, wo irgendwie der Edelstahl unsauber verarbeitet worden wäre, nichts. Und dann klingt die Pfeife so billig. Da komme ich irgendwie nicht so richtig drauf klar. Ja, wenn ich das zum Beispiel mit der Alpha vergleiche, die einfach so voll klingt, egal ob jetzt mit oder ohne Diffusor. Ja, der Diffusor bei der Alpha ist nicht so gut, aber wenn ich das einfach mal mit diesem Klangbild von der Alpha vergleiche, ja, das ist einfach bei der Stimulation nicht geil. Und ich muss sagen, wenn man halt die Pfeife irgendwie bei einem Film raucht oder so und man hat die nur neben sich stehen und man achtet dann mal drauf, wie die Pfeife klingt, wirkt das einfach nicht nach einer 240 Euro Pfeife. Und ja, vielleicht ist das viel Gemecker dafür, dass die Pfeife einfach nur nicht schön klingt und sonst super gut verarbeitet ist, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich daran hindern würde, diese Pfeife jetzt zu kaufen. Aber es ist trotzdem für 240 Euro eine sehr, sehr gut verarbeitete Pfeife, die brutal schön aussieht. Ich kann mir die so gut in so vielen Hotels und sowas vorstellen. Also irgendwie überall, wo eine Pfeife wirklich einfach besonders schön aussehen muss, clean aussehen muss, edel wirken muss, da passt diese Pfeife für mich unglaublich gut hin. Vielleicht irgendwo, wo sowieso vielleicht ein bisschen Musik läuft, da hat man den Diffusor an und hört man die Pfeife eh nicht so genau. Das Verhalten beim Rauchen ist 1A, die Optik gefällt mir mega gut, also mein Fazit ein bisschen durchwachsen. Ja, sie klingt nicht so schön, aber eigentlich ist es dennoch eine gute Pfeife. Bei dem 360 Grad Klicksystem muss ich auch sagen, es bietet mir persönlich keine Vorteile. Wenn ich mittlerweile eine Pfeife rauche, dann rauche ich meine Pfeife alleine, dann gebe ich den Schlauch nicht weiter. Höchstens mal ganz kurz zum Probieren, dann wäre es aber für mich auch kein Problem, gerade die Pfeife einfach ein Stückchen zu drehen. Deswegen Vorteile bietet es mir nicht, aber es bietet den riesen Nachteil, dass die Rauchsäule oben immer ein bisschen kippen kann. Also sie sitzt einfach nicht so gut wie bei einem herkömmlichen Gewinde. Und ich muss sogar sagen, es fällt mir sogar negativer auf bei dem Klick und bei dem 360 Grad Ding, als bei einer gesteckten russischen Pfeife. Also sogar die gesteckten russischen Pfeifen, habe ich so das Gefühl, die sitzen besser, wenn man sie nicht jetzt durch den Raum bewegt, als die Stimulation. Also bei der Stimulation, keine Ahnung, sogar manchmal, wenn man den Schlauch weitergibt, merkt man, dass die Rauchsäule einfach so ein bisschen Spiel hat. Ich weiß nicht, ob man dieses 360 Grad System noch so weit verbessern kann, dass man sie drehen kann, ohne dass sie halt Spiel hat. Aber sie muss ja ein bisschen Spiel haben, sonst kann sie sich nicht drehen. Sie ist ja kugelgelagert, das habt ihr im Aufbau gesehen. Aber das gefällt mir auf jeden Fall auch nicht so gut, einfach weil es mir keine Vorteile bietet. Ich kann mir aber vorstellen, für Leute, die immer nur mit einem Schlauch rauchen und diesen Schlauch dann weitergeben, könnte es schon ein krasser Vorteil sein, nicht jedes Mal die Pfeife anpacken zu müssen. Anstatt wie bei mir einfach nur einmal kurz komprobieren und dann drehe ich sie zurück und dann rauche ich wieder weiter. Da muss man aber trotzdem sagen, wenn du dir jetzt einfach wirklich deinem Kumpel weitergibst und an der Pfeife selber drehst, am Schlauch, wirkt die mir so, als würde sie gleich umfallen. Also das 360 Grad System ist nicht so hervorragend kugelgelagert, dass es wirklich sich frei bewegen kann, sondern einfach so manchmal auch so ein Ticken hakt. Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Also es läuft nicht perfekt rund und da würde ich mir einfach lieber wünschen, so lasst es weg. Es bietet mir nicht so viele Vorteile, dass ich sagen will, ich nehme diese Nachteile eben in Kauf. Ein kleiner Aspekt haben wir bis jetzt noch nicht genannt und das ist, wie ihr die Pfeife wirklich zu zweit rauchen könnt. Also wenn ihr wirklich mit zwei Leuten rauchen wollt und jetzt eine Kugel wieder reinpacken wollt, damit ihr halt nicht mehr auspusten könnt, aber dafür mit zwei Schläuchen rauchen könnt, müsst ihr die Pfeife komplett auseinanderbauen. Es ist für Bars auf jeden Fall ganz cool, weil so kann man wenigstens nicht die Kugeln klauen. Ja, das passiert. Aber trotzdem muss ich halt wirklich sagen, für mich zu Hause, für mich persönlich, ist es einfach viel zu viel Arbeit, da wirklich unten wieder das alles auseinander zu drehen und zu bauen und wieder rauszuziehen und dann wirklich die Base wieder umzudrehen, um die Kugel reinzustecken. Das ist halt, wie gesagt, für Bars ganz cool, aber für mich persönlich für zu Hause ist es eher so ein störendes Aspekt, wenn jetzt auf einmal ein Kumpel vorbeikommt und sagt so, hey, ich würde gerne mitrauchen und dann muss ich die halt wieder umbauen. Das ist halt so eine trickige Sache. Ich finde das System cool, aber trotzdem für mich persönlich zu Hause ist es manchmal ein bisschen nervig. Ja, das ist wieder dasselbe wie bei dem 360-Grad-System. Eigentlich eine sehr, sehr coole Idee, die euch Vorteile verschafft. Ja, man kann die Kugel nicht einfach rausklauen, aber eben auch Nachteile bringt, dass ihr dann daheim eben, ihr müsst das Klicksystem runterdrücken, müsst die ganze Rauchsäule mit Tauchrohr rausziehen, müsst das Tauchrohr sogar abschrauben, weil das hält die Platte nochmal in der Mitte fest, könnt dann dieses Plättchen rausschieben, um dann eine Kugel rein- oder rauszunehmen. Also es ist schon wirklich ziemlich viel Arbeit im Vergleich zu einer anderen Pfeife, dreht man den Schlauchanschluss gerade ab, packt eine Kugel rein oder eine Kugel raus, wie auch immer. Und da kann man weiter rauchen. Was cool wäre, wäre einfach davon so quasi eine Lounge-Variante und auch eine Privatgebrauch-Variante, wo ihr dann einfach dieses Problem nicht habt, dass ihr zum Beispiel die Sachen einfach abdrehen könntet. Das würde einfach gerade für den privaten Gebrauch zu Hause definitiv Vorteile bringen und ja, für Bar ist es egal, weil die haben ihre Lounge-Variante. Ja, also ihr merkt schon, wir finden die Pfeife extrem schön. Sie lässt sich auf jeden Fall auch sehr gut rauchen. Es ist definitiv keine schlechte Pfeife. Preisleistung lässt sich drüber streiten. Denn ich würde sagen, wer eine so schöne, simple und edle Pfeife haben will und wem dieses Design gefällt, der muss halt 240 Euro auf den Tisch legen. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber es gibt auf jeden Fall mehr positive Seiten als negative Seiten. Es ist nicht so, als wären wir irgendwie super entgeistert, dass die Pfeife jetzt total schlecht wäre. Macht euch am besten selbst mal ein Bild. Die Jungs sind ja auch immer auf den Messen unterwegs. Einfach mal rauchen, einfach mal probieren. Vielleicht sagt ihr ja auch, hey, der Klang ist total brutal und gefällt mir mega gut. Das soll es dann aber zu unserem Review gewesen sein. Wenn ihr die Pfeife schon geraucht habt und eine andere Meinung als wir habt oder unsere Meinung bestätigen könnt, schreibt uns gerne mal unten einen Kommentar. Würde mich interessieren, wie ihr so die Pfeife findet. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Eure Shisha-WG. Ciao. Ciao.